Ja, dann sag ich mal hallo. Und du auch. Ja, ich sag auch hallo. Ich versuche auch mal mein Glück hier. Ja, wir haben eine neue Folge Videogames Soundtrack Challenge. Und heute habe ich mir Verstärkung geholt, damit wir quasi gemeinsam dumm sein können. Gemeinsam die null Punkte schaffen. Genau. Und ja, dann bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann zähl runter. Drei, zwei, eins, los. Oh, es ist ruhig. Sehr friedlich. Kennst du es? Nee, nicht mal ansatzweise. Ich auch nicht. Aber es klingt so ein bisschen nach einem RPG. Ja, das ist ja überhaupt nicht so mein Gebiet. Das ist eine stattliche Atmosphäre oder so. Werf mal irgendeinen Namen in den Raum. Äh, Fable. Keine Ahnung. Okay. Ich muss mal ein bisschen leiser machen, damit ich dich auch noch höre. Es wird immer lauter, irgendwie. Oh, jetzt wird es episch. Hm. Ja, ich habe einfach mal Fable in den Raum geworfen. So, jetzt wechselt's. Ähm. Oh, warte. Das erinnert mich an Serious Sam so ein bisschen. Oder? Nee, was? Moment. Nee, ich hätte jetzt spontan so ein bisschen James Bond-mäßig gesagt. Weißt du, so krass Agenten-mäßig und so. Irgendwie so ein bisschen vom Stil von den Instrumenten her hat es mich kurz an Serious Sam erinnert. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir Teilpunkte, damit wir nicht null Punkte haben. Aber klingt richtig wie James Bond. Nee, weiß ich nicht. War so erster Eindruck, aber... Ich habe keine Ahnung. Hm. So, der nächste, nächste. Sind wir immer noch bei null Punkten? Ja, möglicherweise. Ähm. Oh Gott. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Hm, 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 hm. Ähm. Weiß ich auch nicht. Strategiespiel irgendwie so? Irgendwie mittelalterlich Aufbau... Irgendwas. Na, dazu fällt mir ja weniger ein. Keine Ahnung. Das kann immer alles sein eigentlich. Ähm. Ähm. Kenne ich nicht. Klingt mehr nach irgendeinem Action-Game. Keine Ahnung. Vielleicht... Devil May Cry oder sowas. Ah, Namen in den Raum werfen, klappt bestimmt. Ey, irgendwas wird schon richtig sein, Bia. Nee, keine Ahnung. Oh, jetzt. Das ist bestimmt ein Bosskampf. Gegen einen... Roboter. Oder gegen einen Hund mit drei Köpfen. Nein, ich glaube nicht. Na gut. Das ist wieder ruhig, das, ähm... Und das klingt scheiße. Gibt das einen Punkt? Ich glaube nicht. Tja, das ist auch wieder... Ja, der Beat passt irgendwie überhaupt nicht dazu. Findest du? Ja, irgendwie schon. Also irgendwie nicht. Äh, ich hab keine Ahnung, was es ist. Ach, wieder ein Rollenspiel. Mh, ne, würde ich diesmal nicht sagen. Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Immer noch null Punkte. Ich warte noch darauf, dass irgendwann mal eins kommt, was ich kenne. Äh... Episch. Das kommt mir bekannt vor. Aber ich weiß nicht, woher. Klingt auch so Bossfight mäßig. Das kommt mir bekannt vor. Ich kann es aber nicht zuordnen. Irgendwas, würde ich auch... Irgendwas Mittelalter mäßiges sagen. Keine Ahnung. Bist du eigentlich noch da? Ja. Okay. Das hat sich wieder so angehört, als wärst du ja wie weg. Ähm. Ja. Was sagt der Experte? Der Experte sagt... Keine Ahnung. Vielleicht... Klingt irgendwie nach sowas wie zum Beispiel... Äh... Orks machst da ja die Aufbauzeit, so... Ungefähr. So ein bisschen ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Ich finde, das klingt nach... Höhlenlevel. Und dann drückst du Enter und dann kommen die Orks. Und dann wechselt die Musik. Höhlenlevel oder irgendwie im Untergrund oder so. Ähm. Oh, das kommt mir aber jetzt sehr bekannt vor. Ja, dann hau mal raus. Das sagt mir gar nichts. Was hast du so gespielt in letzter Zeit? Ich weiß nicht. Äh. Keine Ahnung. Haben wir irgendwas gespielt? Herr der Ringe. Aber das ist es glaube ich nicht. Ne, daher ist es nicht. Glaube ich. Space Farmers ist es auch nicht. Ne, das ist ganz gewiss. Ne, das ist auf keinen Fall. Keine Ahnung. Dann sind in dem Lied keine Furzen und Kühe. Und keine komische Country-Gitarre. Oh. Ähm. Das ist Pokémon, glaube ich. Ja, da bist du dann ja Experte. Dann musst du jetzt nur noch sagen, wie es heißt und genau wo es vorkommt. Also ich kenne auch nicht alle Lieder daher, aber das klingt so sehr danach. Ja, doch würde ich aber definitiv sagen Pokémon. Ich glaube irgendwas aus der dritten Generation, Saphir, Smaragd und Rubin. Vielleicht gibt es mehr Punkte. Ja, definitiv. Definitiv dritte Pokémon-Generation. Okay, dann haben wir vielleicht einen Punkt. Ähm. Das müsste das letzte sein. Oh, klingt dramatisch. Hm. Keine Ahnung. Das ist bestimmt so Musik, wo dann irgendein Bösewicht wieder seinen Plan verrät. Hm. Kann ich nicht zuordnen. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das hört sich nach Kirche an. Ja. Das war's dann auch. Ja, das war's und wir haben schätzungsweise einen Punkt vielleicht. Vielleicht. Von möglichen 30, glaube ich. Oh, 30 Stück. Ja. Ja gut, dann lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Warten wir auf die Auflösung. Ja, und dann ja, bist du beim nächsten Mal wieder dabei, oder? Äh, vielleicht. Dann kann ich dir wieder einen Punkt holen oder so. Vielleicht. Na gut, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. địi